So, komm jetzt mal so hin Ich bin schon voll unterwegs Du musst du ausmachen, gell? Wieso, bist du jetzt in meiner Gruppe? Ja! Achso, ja hallo, grüß euch und wir sind schon voll im Spiel Ja, grüß euch Typ, der schafft es echt Und ich bin gestorben Jetzt bin ich voll draus gewesen auf einmal Alter Ist ja scheißegal, wir haben angefangen Wir haben ja die ganze Zeit schon geredet Ja, aber ohne Begrüßung Ja, ey Die Leute fühlen sich Begrüßt von mir, fühlt euch geknuddelt Bei jeder Aufnahme, die ich mache Das ist jetzt so Ah, ja genau, das wollt ihr ausprobieren Ich hoffe, du bist kein Sahne Ich hab grad Sahne, ich hab 300 Meter geschossen Also auch geschossen Ich habe 60 Meter Und ein Heutlichen Soldaten Ich habe 60 Meter Ich habe 60 Meter Heutlichen Soldaten Was? Ich wollte doch einmal was probieren Aber fliegt sich besser so Wir haben wieder was gelernt Ah, bist du im Flieger gesessen? Jaaaaa Aber ich habe was ausprobiert Hat gut funktioniert Aha Aber fliegt sich leichter Alter, da hat irgendwer den Berg zum Einsturz gebracht. Das ist uncool, der liegt nämlich genau zwischen mir und meinen Zielen. Okay, ich mach ihn noch mal auf den Weg, Sektchen Captchen. Hey, ihr könnt den Berg nicht hoch, wie cool ist das denn bitte? Ich hab nen neuen Sektchen Captchen. Boah, ich bin für ne scheiß Artillerie-Wahl umgelegt worden. Das wird ne richtig miese Runde für mich, ich probier jetzt nämlich eine Medaille auszumachen. Das wäre sowieso eine Schnee in unser Vorgeplänker. Das ist selbstbewusst, oder? So, so immer. Pass auf, jetzt reicht's. Oh, denke ich mir auch gerade. Das Bässe ist, ich kann nicht so offen jetzt über die Taktiken und alles reden mit dir, weil du bist einfach mein Enemy. Mann, na, je, je, happy birthday. Prost, du. Wuuuh. Yeehaa. Hier sind alle Säcke. Happy birthday. Wee. Oh, es ist noch eine. Da neben, ihr Säcke. Der ist eben da hinten. Wo hinten? Bei den Fasseln, der, was sich gerade in Deckung geschmissen hat. Wo hab ich? Und wir haben mir gerade meine Deckung weggeschossen. Was ist denn der Scheißdreck? Ich benenne die Folge jetzt die Probierrunde. Ich probiere jetzt alles aus. Scheißegal was. Einfach alles ausprobieren. Warum? Weil es Spaß macht. Warum sitzt ihr bei mir jetzt schon an einem Flieger? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ihr sollt aussteigen. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. WTF? Wie hat der Artillerie-Wagen in der Luft zerrissen? Boah, ich bin ja auch schon in der Luft, was der? Ich hätte die gleich geholt. Nein, ich war jetzt sehr perplex überrascht, dass der Artillerie-Wagen geht. Du verstehst, was ich meine. Uh! Die steigt doch mal her und geht dann weiter. Zu Fuß läuft es sich immer besser. Da! Feindlicher Sanitäter! Erste Hilfe! Nimm schon! Hey! Hör auf auf mit dir zum Schiessen! Okay, pass auf. Wir haben Einsatzziel Gustav. Heidi hoooooooooooooooooooooooo! Uh! Ja, funktionier richtig gut! Was schreist du so rum? Ich flieg mein Flugzeug! Uhuhuhu! Endlich ins Flugzeug! Nein! Jetzt bin ich aufschüss. Ich lasse Scharfschützen. Ich muss dann noch die Steuerung anlegen. Das habe ich jetzt verstanden. Wie ist es nochmal? Nein. Einmal... Bin wir oder verlieren wir? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn ich verliere, gewinnst du. Ich muss jetzt gerade... Jetzt muss ich noch ein bisschen Gas geben. Abwechslung. Wir haben Einsatzziel. Karnaterl. Oh, ich bin ziemlich tief. Fallen wir gerade ein. Oh, jetzt haben wir ein Landkreuz noch eine reingeben. Du weißt ja, die werden vorher von der Matilleriewaung abgeschossen worden. So. Jetzt zupfen ich Beinhard da oben auf... Hey, die Pferdlschirs. Oh Gott, bin ich ein scheiß Pilot. Wie ist es tief? Hey, bei einem Angriffsflugzeug, das passt so so. Ich sehe ein Flugzeug. Ich bin zwei, drei, 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 drei. Ah, ich habe das Flugzeug beschädigt. Scheiß Maus. Aufmerksam! 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 Oh, ihr sollt den Motor wieder einschalten, ha? Ja, das ist immer vom Vorteil. Oh, da hinter mir ist einer. Jawoll, erobern wir vorgleich. Gib mir noch ein nächstes Zielsektor, Caption. Ich würde schon f... NEIN! Jetzt haben wir schon 100 Zett noch nicht gekriegt, oder? Ah, geht da. Vor allem, ich habe weniger Leben als mein Flugzeug, das ist irgendwie peinlich. Oh, da sind alle Leute von mir, ich komme dazu. Ja, da Level 1 so umgelegt. Oh! Da oben ernsthaft, was bist denn du, Alter? Meine Section Caption ist komisch, wir stehen die ganze Zeit auf D und da nichts. Echt? Die haben wir gerade reingelommen. Oh, die Beine. Ah, das war 10 Jahre. So, pass auf. Ah, wir gehen... So, her. Nein, wir gehen nicht herher, wir gehen auf. Heiß. Ach so, da war ein Typ neben mir, den habe ich nicht gesehen. Wir verlieren Einsatzziel David. So, nochmal. Das geht schon. Was bist du? Was anderes? NEIN! Jetzt hat's wer anders nimmer. Ich mach A, falls da ich nicht stresst. So, das hätte ich da nicht sagen. Dank Kreuzer, ich sehe dich! Echt, so was haben wir? Ja, bald nimmer. Bald bin ich fertig mit dem. Wo haben wir denn den? Wo haben wir denn den? Wo haben wir denn den? Panzer! Panzer! Voller geil! Kaiser-Artillerie-Wurm, fick dich! Oh! Also euer Panzer ist dem Ende nahe, den hab ich jetzt leckt. Das tut mir jetzt furchtbar leid, das tut mir jetzt echt furchtbar leid. Das war echt so unabsichtlich, ich kann mir nicht sagen, wie unabsichtlich das war. Das war der letzte Monster von euch. Wir schwammen leider. Wie schwer ist das? Deine Fresse, was bist du für ein Flieger? Die zerstör ich da. Ah ja, warte mal. Die Flaggen sind da hinten. Bin schon da. Kein Problem. Warte, ich bin so schlecht grad. Okay, ich spiel grad alles bis auf seine. Außer ab und zu mal. Wir haben eine erste Hilfe. Geh weg! Schubel die Maus noch ab! 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 Haben sie? Ja, woher? Haben wir den Posten jetzt? Ja, haben wir. Passt. Ich rutsch schon mal auf die E-Forder. Ich bin irgendwie das Flugzeug da oben oben oben, woher sind sie, was weiß ich, oder? Ich schwörs nicht. Die suchen schon Flak. Passt, das Akku jetzt. Alter, was sitzen denn da für Leute in dem Scheißbomber? Was ist denn da oben? Schnauze da oben. So, Flugzeug rübergeholt. Weiter geht's. Habe ich noch kein einziges Mal getroffen. Finde das irgendwie witzig. Warst du in dem Flugzeug da drin, was ich gerade rübergeholt habe? Ja, nein, ist jetzt schon länger. Kommt, Flugzeug da. Alles cool, alles cool. Ich bin da. Ja, scheiß Artilleriebaum. Geh Maus auf den Keks. Erste Hilfe. Ich hoffe das Zeug nimmst Gott. Melissa. Wo? Wow! Danke! Was ist das denn? Nein, ich will nochmal. Danke! Wow! Giftgas, Giftgas, Giftgas! Cool, ich hab den Erfolg gekriegt, fahre eine Minute lange im Beiwagen, obwohl ich nur im Beiwagen saß. Hint uns, hint uns, hint uns! Jawoll! Okay, Franzi ist auch da ausgezeichnet. Wow! Warte, er kann mich aufhören. Hint er mich auf? Nein, er läuft weg. Warte, er läuft nicht her. Nein, ja. Komm her, du bleibst bei mir hin und her. Jawoll! Nein, er läuft einfach drüber. Okay, dann rein. Gut, haben wir auch kurz dann nach hinten auf die Zube. Warum ist mein Typ ausgestiegen? Achso, der ist schon weiter vorhin ausgestiegen. Null! Ich glaube, ich hab den Sniper dabei gekauft. Jo, ich hab den Sniper dabei gekauft. Ich hab den Sniper dabei gekauft. So viel voraus. Zack, ich bin ich. Er saß in der Nähe von meiner Position, wo ich hin will. Nicht aufhalten lassen. Nicht Kapelolieren. Ich glaube, es ist gesünder, dass ich das gerade tun. Komm mal. Nö, du wurscht. Bring ich mal jetzt mal. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Nicht mal, wenn ihr wollt. Ach man. Vorwärts. Vorwärts. Nein, nicht. Weiß ich. Führer vorwärts. Bei... Ich sieg dich da hinten. Aha. Jetzt sieg's. Der was meint, der kann sich jetzt auf den Boden legen. Den hab ich schon euch gesehen. Panzer ruckt vor. Ausgezeichnet. Ich hab ja gerade den Versorger weggerissen. Ich stürm nach. Unser freundlicher Reiter ist unterwegs. Ja, so oft. Ah ja, Artillerie. Warum geht man so gewaltig auf den Sniper? BING! Verdammt. Den K-Geschoss. Alter, ich hab mich jetzt erst auf Zwischen-Panzer eingeschmissen. Wirklasse. Passt du, ha, ha. Das war eine Wirklasse-Aktion. So, ich kriege jetzt den Panzerzug am besten weg. Wollen der gerade herum? Ach so, der ist eh noch nicht da. Unser Panzerzug ist eingetroffen. Wir haben Einsatzziel Albert verlobt. Wir haben Einsatzziel Albert verlobt. So, hier ist eigentlich einer. Ich schaue ihn. Ah, ich schaue ihn. Na, ich habe mich auch gesehen. Ich schaue ihn. Die nächste Seite ist eigentlich einer ausgezeichneter Lauf zuerst. Wir machen euch gerade voll fertig. Ja, ja. Bei uns ist das irgendwie viel geworden oder wie bei euch kommt mir vor. Was seht ihr denn? Sturmsoldat! Du Arsch, du... Du liegst direkt vor mir. Ich hab gut bestellt den Vorsitz. Hast du die Mini anbringen gekommen? Nein, nein. Das war mir jetzt sie. Ich bin nicht Panzer gefahren, ich bin Dingsdy gefahren. Nein, ich bin daneben gestanden. Achso, habe ich dich gerade umgeschleppt, oder? Bonded. Und wer hat sich angefühlt für dich? So gut wie für mich. Ja, ich werde gerade von meiner eigenen Leiter fahren, das ist immer cool. Als Sniper. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben jetzt einen Berg genug für dich. Ich fahre gerade bei einem jungen Schiff mit. Das schaut voll konfus aus. Ich springe gerade den Zug und das mache ich. Was ist eigentlich Eins? Keine Ahnung. Ja. Uh, macht schon viel mehr Spaß. Da 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 da. Ja, wir verlieren hier. Ich weiß schon. Wenigstens bin ich nicht letzter. Wo ich so viel Scheiße zusammen spiele. Na. So, wo steig ich jetzt am blödssten ein? Sicher! Steigen wir so ein, dass wir gleich Instance sterben. Natürlich, machst du dich nicht so, oder wie? Na, ungern. So, nehmen wir das da und dann machen wir das da. Machen wir ihn auf Solo. Meine Section Caption ist ein bisschen komisch. Ich tue immer nicht das, was er sagt. Oh, jetzt sehe ich was. Ausgezeichnet. Falschlicher Bomber! Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Alter! Warum kriege ich das? Ja, Mark the Dream wäre echt einfach gewesen, wenn ich sagen hätte, wo der hieß. Ja, Reiter Battle! Aufpassen! Na, hat die Hü-Reiter Reiter davon! Boah, da! Der hat mich gerade mit dem Reiter von euch gebettelt. Dann kamen Flieger von mir und hatten weg genügt. War gerade witzig. Ah, witzig ist mir relativ. Ja, jetzt kreisen die Flieger über mir und helfen mir. Waren wir die Helios zu schnell und langsam? Die Helios waren zu langsam. Die Helios waren zu langsam. Diese bösen Helios. Die haben wir aber nur markiert. Hitten in der Wüste. Jetzt will ich da hinjumpen oder was? Können die dich schaffen. Keine Ahnung, lass dir was einfallen. Ich wollte gerade auf G umrutschen. Ja, den hab ich gerade eignommen. Alter, da wartet echt einer um die Ecken. Passiert. Ich kann dir riechen, dass ich von da hinten zugereine, oder? Keine Ahnung, gibt es solche Leute. Ausweichlicher Panzer gesichtet. Wir gewinnen. Wir verlieren. Na, was du den Zocks angespielt hast, wie du erinnerst. Das motiviert echt. Da steht ein Sniper und der verkackt den scheiß Punkt zum Häuten. Ich hab den Typen nicht mehr gesehen, da hat er mich schon niedergemacht. Keine Fresse. Panzer. Ich hab den Panzer verloren. Ich fahr mal mit dem Panzer mit. Ich bin mit dem Panzerzug mitgefahren. und werde frei machen, wie wir das aufhören. Ich bin mit dem Panzerzug-Zollgerät. 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 8-4, naja. 5-6. Na ja, kann man los, kann man los. Na ja, na ja. Highlights. Okay, wie war unsere Truppe? Und drei verteidigte Flaggen. Aha, aha, aha. Der beste Versorgungssoldat. Ich bin der beste Pilot. Ich war der beste Versorgungssoldat. Ich habe drei Fahrzeuge zerstört. Ups. Ja, dann würde ich sagen, das war's von der Runde. Oder was sagst du dazu? Ja, das war's. Das war eine schöne Runde. Na dann, bis zum nächsten Mal, oder? Passt, sorry, peace out. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.